so ich habe hier ein neues game und zwar stefan sausage roll ich weiß noch nicht ganz um was ist so viel ich mitbekommen habe kommen wir mal ketchup geht es dich hier in dem game darum würstchen zu grillen und diese würstchen ich weiß noch nicht ganz wo hier die miss ich weiß nicht ganz wie ich darauf kommen ich versuche es gerade noch wie ich überhaupt starten kann okay okay also es geht darum diese würstchen auf allen seiten zu braten was macht das da okay nicht es geht dabei diese würstchen um auf allen seiten zu braten ohne dass sie zweimal an der gleichen seite okay also ich darf jede seite nur einmal warten also umkehrschluss ziemlich kompliziert kann ich die darunter auch okay ich werde jede woche zweimal abgebot ist ja recht schwer also wer so knobelspielchen mag ist ja echt gut geholfen wenn ich jetzt hochschiebe ist wieder kaputt wenn ich die wirst beide so rüber schieben mal überlaufen kann ich nicht oder das kann das kann ich nicht sein läuft jetzt eigentlich die möglichkeit einmal so jetzt ist die seite gebrannt so jetzt habe ich beide auf der seite gebrannt ganz schön recht ganz schlecht ich glaube das ist die richtige herangehensweise diese wurst muss ich das ist klar das heißt diese was auf jeden fall ja scheiße das ist fast so schlimm ich will die da hochschieben genau genau das will ich machen jetzt will ich nämlich die darüber und jetzt noch so jetzt kann ich nämlich doch bestimmt hergehen und bestimmt habe ich doch jetzt die möglichkeit genau zweimal darunter und jetzt müsste ich doch und jetzt müsste ich doch einmal noch jetzt noch nicht verkacken jetzt muss ich nicht mehr auf meinem leiten Platz Gott zeug ach geschafft gut boah das war jetzt doch ein bisschen zeitintensiv das erste level aber ich mache es jetzt einfach so dass ich das nächste level vielleicht im nächsten video reinbringen weil ansonsten ich komme ziemlich hier am besten die sind doch ziemlich zeitig und tschau